Ich hatte in der Sendung von Wake News TV am 19.06.2014 mit dem Titel Tägliche und tägliche faschistische Raubzüge des Systems berichtet, mit welcher Unverfrorenheit man mir eine Zwangshypothek in mein Grundstück von über 1082 Euro eingetragen hat, ohne irgendeine Rechtsgrundlage dafür zu besitzen. Ganz im Gegenteil habe ich von allen Möchtegern-Gläubigerbehörden Geld zu bekommen. Hier das Blatt, wonach sich die durchgeknallten Okkultisten ihr Verbrechen vom Freitag dem 13. noch bezahlen lassen wollen. Heute führte ich mit der Oberfinanzdirektion Niedersachsen ein Dienstgespräch mit der Verantwortlichen. Und das haut euch garantiert um. Achtet darauf, wie weltfremd diese Person ist. Herr Kastner aus. Schönen guten Tag. Guten Tag, Frau. Mein Name? Hallo. Hallo. Ich muss ein Dienstgespräch mit Ihnen führen. Und zwar habe ich ein Schreiben von Ihnen bekommen. Ja. Ich schneide das jetzt mit, ja? Ich nehme das auf. Ja, bitte. Und? Wie kann ich da helfen? Äh, ich könnte Ihnen jetzt Ihr Zeichen nennen. Es geht aber im Prinzip um was anderes. Und zwar ein Fendungsbeschluss soll das hier sein. Ja, Fendungs- und Überweisungsbeschluss. Mhm. Ja. Da haben Sie angekreuzt, Sie beziehen sich auf die Justizbeitreibungsordnung in Verbindung mit der ZPO. Ja. Ja. Da mache ich Sie jetzt mal drauf aufmerksam, dass die Justizbeitreibungsordnung von 1937 ist. Das ist Nazi-Gesetz. Nazi-Gesetz ist verboten, laut dem geltenden Besatzungsrechtschef. Ja. Gesetz Nummer 1, Artikel 3, Ziffer 4, was da lautet, die Auslegung oder Anwendung des deutschen Rechts nach nationalsozialistischen Grundsätzen gleichgültig, wann und wo dieselben kundgemacht wurden, ist verboten. Das nächste ist, Sie beziehen sich auf die ZPO. Die ZPO wurde im Geltungsbereich gestrichen, und zwar mit dem ersten Bundesbereinigungsgesetz von 2006, Artikel 49. Da wurde der Paragraf 1 aufgehoben, der vorher lautete, Moment, ich gucke nach, ähm, die alte Fassung. Die Zivilprozessordnung tritt im ganzen Umfang des Reichs gleichzeitig mit dem Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft. Mhm. Dieser Paragraf 1, der IGZPO, wurde gestrichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu eine Entscheidung getroffen. Gesetze sind bei Verstoß gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig und nichtig. Jedermann muss, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können, in der Lage sein, den räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres feststellen zu können. Ein Gesetz, das hierüber Zweifel aufkommen lässt, ist unbestimmt und deshalb wegen Verstoß gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig. Okay. So, das bedeutet, Sie beziehen sich hier oder benutzen hier Gesetze aus dem Dritten Reich, die verboten sind, und nicht mehr gültige, anderweitige Gesetze. Okay. Also bevor wir jetzt weiter diskutieren, stelle ich Sie einmal durch zu meinem Vorgesetzten und er erklärt Ihnen dann nach welchen Gesetzen und Vorschriften wir handeln. Ja, ja, Moment. Eine Sache habe ich noch. Ja, ich kann da eh nichts entscheiden. Doch, warten Sie. Das ist eine Sache. Geht an Sie persönlich. So. Sie haben am 08.03.2013 von mir eine Rechnung bekommen, weil Sie laut meinem Vertragsangebot des Schadenersatzvertrages das Angebot konkludent angenommen haben. Vom 04.03.2013. Ich habe nie irgendwas angenommen. Doch, das haben Sie angenommen. Konkludente Handlung. Sie schulden mir 30.000 Euro. Wollen Sie das vielleicht mal bezahlen? Ach, nein. Oder halten Sie nur das Recht ein, was Ihnen irgendwie Vorteile bringt? Oder was ist los? Ja, was denn? Nee, also das ist mir wirklich... Ach so, das wird jetzt unangenehm, ja? Nein, unangenehm wird mir das. Ich nehme sowas gar nicht ernst. Ach so, wissen Sie was? Ich nehme Sie auch nicht ernst. Genau. Wissen Sie das? Ja? Und dann sehen wir mal... Ja, Sie fangen sich einen Strafantrag ein. Sie fangen sich einen Strafantrag bei den übergeordneten Stellen im Ausland ein. Ja, nur, dass Sie das mal Bescheid wissen. Okay? Ja, ist okay. Machen Sie mal. Gut. So. Also Sie bleiben weiterhin bei Ihrer Masche, dass Sie Nazirecht benutzen und nicht mehr gültige Gesetze. Ich benutze kein Nazirecht. Sie haben angekreuzt, Justizbeitreibungsordnung und ZPO. Die ist für mich gültig, Herr Rund. Was für Sie gültig ist, interessiert überhaupt keinen. Und wenn ich einen roten Hut aufhabe, interessiert das auch keinen. Die gültige Rechtslage sieht so aus, dass diese Gesetze nicht anwendbar sind. Ich habe Ihnen gerade schon gesagt, dass ich Sie durchstelle zu meinem Vorgesetzten, damit Sie mit denen über die gültige Rechtslage diskutieren können. Und der wäre wer? Herr Rund. Ihr lebt leider nicht am Platz. Na, das ist aber schade. Ich kann Ihnen aber die Durchwahl gerne geben, damit Sie dann nochmal anrufen. Oder ich gebe Ihnen... Sagen Sie mal, wie kommt das eigentlich, dass ich Ihnen hinterherlaufen muss? Sie machen hier irgendwas. Warum soll ich Ihnen hinterherlaufen? Stellen Sie mich jetzt zu jemandem durch, aber unabhängig davon haben Sie das hier ja angekreuzt. Warum soll ich jetzt mit Herrn reden? Weil der die Arbeitsrichtlinien festlegt. Sie haben in eigener Verantwortung, beziehungsweise Ihr Kollege Hermann, mit dem können Sie sich nochmal... Ich diskutiere mit Ihnen gar nicht drüber. Nee, ich diskutiere mit Ihnen da nicht drüber. Ganz bestimmt nicht. Was heißt das, Sie diskutieren nicht darüber? Weil ich Ihre Ansichten nicht vertrete. Ich stelle Sie durch zu meinen Vorgesetzten und ich versuche es jetzt bei meiner direkten Sachgebietsleiterin und mit der können Sie gerne diskutieren. Das heißt, Sie ignorieren die gültige Gesetzeslage? Ähm, für mich ist Ihre Gesetzeslage nicht gültig, sondern meine. Und da können Sie gerne mit meiner Vorgesetzten diskutieren. Das habe ich Ihnen jetzt aber auch schon dreimal gesagt. Also Sie meinen, Ihre Gesetzeslage ist für Sie gültig? Tja, wir haben heute Pech, da ist auch keine Amplatte. Ach, das ist aber schade. Ja. Das ist ja wirklich jammerschade. Wissen Sie was? Ich würde mir gerne Ihre Telefonnummer geben. Nein. Und einer von meinen Vorgesetzten wird Sie zurückrufen, damit Sie nicht hinter uns herlaufen. Wissen Sie, wir machen das mal ganz anders. Sie werden sich informieren über das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Das ist die gültige Gesetzeslage und dann telefonieren wir am Montag nochmal miteinander. Ja, wir können, Sie brauchen mit mir gar nicht mehr sprechen. Das machen meine Vorgesetzten. Die tragen da die Verantwortung und werden Sie dann aufklären, nach welchen Gesetzen wir handeln und was für Sie hier in Deutschland gültig ist. Also Sie tragen keine Verantwortung, höre ich gerade heraus, für die Schreiben, die Sie rausgeben? In gewisser Weise schon, aber das sind für uns jetzt hier die deutschen gültigen Gesetze. Also in gewisser Weise ist Kartoffelbrei. Tragen Sie die Verantwortung für Ihre Schreiben oder nicht? Ja. 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 Gut, Sie tragen also die Verantwortung für Ihre Schreiben. Ach, Herr, zeigen Sie mich irgendwo im Ausland an, fordern Sie Ihre 30.000 Euro, egal wo. Das fordern Sie dann ja komischerweise auch nach deutschen Gesetzen, die dann wieder gültig sind für Sie. Ansonsten kann ich Ihnen nur sagen, Sie müssen mit meinen Vorgesetzten darüber sprechen, wenn Sie mit irgendwas nicht einverstanden sind. Ich möchte mit Ihnen darüber nicht bedanken. Glauben Sie eigentlich, dass Sie ewig noch oder auf längere Zeit noch die gültige Gesetzeslage ignorieren dürfen? Meinen Sie, das geht immer so weiter, dass man Ihnen den Rücken deckt? Das werden wir sehen. Da bin ich auch der Meinung. Ja. Das sehe ich aber auch so, dass wir das sehen werden. Demnächst schon. Ich glaube, so lange dauert es gar nicht mehr. Ja, das... Na, das haben Sie doch mitbekommen. Ich bin leider kein Wahrsager und kann nicht in die Zukunft gucken. Naja, Sie können aber die Augen aufmachen und in Ihre Umgebung gucken. Da sehen Sie schon mal, was passiert. Ja, das kann ich, ja. 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 Und dann behalte ich meine Meinung jetzt lieber für mich. Die können Sie auch gerne äußern, das ist mir vollkommen egal. Dann bin ich immun. Ja. Ja, das merke ich. Gut, ich danke für das Dienstgespräch. Ja, sehr gerne. Wir halten also fest, die Oberfinanzdirektion Niedersachsen wendet vorsätzlich Nazi-Unrecht an sowie längst erloschene BRD-Gesetze. Die Mitarbeiterin unterschreibt sogar einige ihrer Schreiben, für welche sie jedoch nicht oder wahlweise nur ein bisschen verantwortlich ist. Wenn die Mitarbeiterin bei ihrem Raubzug erwischt und zur Rede gestellt wird, sind auf einmal zwei Vorgesetzte zuständig, welche aber günstigerweise nicht da sind. Die Oberfinanzdirektion hat eine Wunschmeinung zur Gültigkeit jener Gesetze, welche gerade für ihre Eintreibungen die Kasse klingeln lassen oder wo man anderen etwas mit Gewalt entreißen kann. Der Vertrag, den die Oberfinanzdirektion geschlossen hat oder die Gesetze, die für die Oberfinanzdirektion ungünstig sind, die gelten dann einfach mal nicht in diesem speziellen Fall. Es stellt sich die Frage, welchen für mich ungünstigen Vertrag ich mit der OFD geschlossen haben soll, dass mir eine Zwangshypothek aufgezwungen wird. Das wird mir immer ein Rätsel bleiben. Weder gibt es einen für mich ungünstigen Vertrag, noch gibt es eine Gebundenheit wegen angenommenen staatlichen Hoheitshandlungen. Noch gibt es hier eine Rechtsgrundlage zugunsten der OFD. Bringen wir es mal auf den Punkt. Die Behörden sind mit arroganten, realitätsresistenten Miniaturfaschisten besetzt, die wie feige kleine Wadenbeißer laut kläffen, aber dabei ständig rückwärts tänzeln. Und erst wenn das Alphatier ins Rudel kommt, dann wird mal wieder zugebissen. Der Spruch, Sie haben Ihre Gesetze und wir haben unsere, ist mir übrigens bestens bekannt. Also was Sie mir da vorgelegt haben, Sie wissen auch, wie bei uns die Rechtslage ist, wie wir das sehen. Also was Sie mir da vorgelegt haben, Sie wissen auch, wie bei uns die Rechtslage ist, wie wir das sehen. Ihr wisst, was das bedeutet? Die Bio-Roboter führen schleimigst anscheinend alle eine bestimmte Dienstanweisung aus, genau so zu reagieren. Euch ist auch klar, dass man mit genau solchen willenlosen Fleischhüllen das Vierte Reich aufbaut. Glaubt Ihr denn, die hören bei solchen Enteignungshandlungen auf? Nein, heute beginnen sie mit unserer Enteignung, morgen sind sie bereit, auf uns zu schießen oder Schlimmeres. Ich hoffe, ich konnte einigen weiteren Menschen den Ernst der Lage näher bringen. Unser Notwehrrecht ist schon längst in Kraft getreten. Warten wir nicht, bis die Bandenmitglieder des organisierten Verbrechens an allen Hebeln sitzen. Und noch ein Schlusswort an die Behörden. Glaubt Ihr wirklich, dass Ihr Heil aus der Sache herauskommt? Glaubt Ihr wirklich, es ist später entscheidend, ob Ihr für die Handlungen, die Existenz ruiniert haben, unterschrieben habt? Glaubt Ihr das im Ernst? Glaubt, der Zorn des Volkes wird Euch treffen. Und das habt Ihr verdient. Ich habe das jetzt zur Kenntnis genommen, dass es Diebstahl ist etc. pp. Machen Sie es schriftlich. Und Sie machen flott weiter. Wissen Sie was, wenn die BRD hier mal auseinandergepflückt wird, wissen Sie, wer dann dran ist? Dann sind die Letzten in der Kette dran. Dann sind die Letzten in der Kette dran. Und Sie werden einer derjenigen sein, die ich mir ranknöpfe. Und Sie werden erst ein bisschen enteignet von mir und danach werden Sie in den Bau wandern. Denn das, was Sie hier machen, sind Straftaten am laufenden Band. Und Sie fühlen sich offenbar noch ganz gut dabei. Das macht keinen Sinn. Auf Wiedersehen.